Sie wollten mir was zeigen? Du hast den Sigtor nicht umgebracht, oder? Ich mein, mir kannst du das ja sagen. Mir ist gar nicht so gut, Hasel. Ich sag, wo du so liegst. Das sind Sie, Frau mit Herz? Ich kann es nicht leiden, wenn man mich verlässt. Ich konnte es noch nie leiden. Ich bin schlimm, kein schlimm. Hasel, Hasel, mir ist so schwindelig. Hast du ein Tabletten? Und dann gehst du gleich bis. Kann es sein, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe?